DARK! Du 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 du... Dienstagabend und ihr wisst was das bedeutet es ist Zeit für eine weiter Runde Bullshit zum Dienstag Mit dabei ist heute nur leider nicht superfood. Zum Glück wir haben seinen Penis weggesperrt aber mit dabei ist diesmal Wanted 10.11 und riß von 24 gut wir machen mal wieder ein kleines Aram ich habe diesmal Vignore oh ich bin eine französische Note ey wer hat Balls dann will in die Busch gehen ich hab Balls ich gehe in die Busch ich mache meine Klaue hin dann mein Respell dann ist alles tot ja tot safe da drüben ist ne Jenna und ne Sevilla ja Jens zeigt dich zeig dich ja klar ohr Christian komm rüber immer wie hier steht Minions and Spawn ja das mal was ganz neil ist dass du leckst ja man kann schon sehen also wir haben Lissandra Jorga, Gallio, Ramos und Fiora Gegern Sifio, Darius, Gevin, Jenner und Hureka also Busch Neger vs Sifio, Darius, Gevin, Jenner ja ok nur du bist ok Naja Lissandra ist ja sogar zum Ganzen mit der Passiv und ums dann ja auch Aram bringt sie aber nicht mann doch klar du kannst Rund und Stan machen und erster durch sieben johann und ja so diese konnten keine Ahnung weil ich mich erben muss ich bin ich bin auch tot und das letzte Mal zu angeschissen um alle ich habe ein wichtiger Punkt muss ich schon kurz mal so wird das auch jetzt jetzt der Mann ich hab das Massensterben aus ja ich bin Christian alles deine Schuld Christian ist alles schuld ja guck euch beide mal wie lowlife ihr seid in Lappen was für lowlife ich bin full life Jens ist zu lowlife lol der meint uns ja auch ich komm mich grad nicht zu meiner Cloud Teleportierung juhu ich hab's geschafft direkt der nächste Tag aus die Serie noch instant instant Barriere oh lol man nicht so oh oder war die Buschnecker Attacke Alter meine Cooldons sind noch viel zu hohooo oh mein Gott was selten ist der Buschnecker ist nicht in die Busch der weiß nicht wie man Garen spielt der weiß nicht wie man Garen spielt ey Busch den warten bis der Gegner lowlife hat und dann die Ultrasse attackeee ey ey wieso kann ich mich nicht mit zu meiner scheiß Cloud Teleportieren soll ich weil du gezeichnet was was das wäre eine gute Idee der Ramos ist oh mein Gott ey Jungs boah wollt ihr lachen? gerade sei bei mir die FPS Zahl sei das wirklich schafft wie ein Hakenkreuz ja das liegt vielleicht noch mal dein Nachziehbildes ich geh da jetzt rein so ich hab mich schon wieder nicht zu meiner Klappe ja ich hab dann erst einen Kill für uns gemacht ja mit sowas auf kotzen irgendwie ist mein lol heute wieder ganz besonders nett zu mir ach komm das liegt alles nur weil dein PC scheiße ist wohin PC und so ja Jens du hast dir keinen eisigen Healport ok du bist der scheiß Tank ist mir scheiß egal ob du stirbst oder nicht naja eigentlich ist nicht nur der Jenser Tank sondern eher der Ramos ja und Jens aber der Armut ist voll der Verlust ich wollte schon sagen kann ich dir da irgendwie ab ja ich bin schon down Bami funktioniert sich wieder dauergeschehen ja geil Darius Pult ja aber daraus ist doch normal hast du dir den Rupert geholt ja ja weil ich vor dem Nippon noch ein Lower Life hatte als die Lower Life Bum 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 Ja, Hauptsache 311, ich hab' dir, ich hab' nur ein ganz... Hopp' ich's nicht, Jens! Willst du mich verarschen, du kleine Nutze? Oh mein Gott! Oh, natürlich! Lass dir an! Oh, ich muss warten, ich brauch' endlich auf 4-Ports! Jens, friss' gleich mal ein paar Minions! Minions! Was bist du für zu blöd? Ich hab' weißt gleich, dass Minions sind! Ey, lass uns in Ruhe! Was macht Sinn das? Ja! Ich hab' wir kochen! Kann man die essen? Ja! Oh mein Gott! Ey! 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 Äh! Ey! Ist nur halb auf Super die die am besten mit Mitten inhalten kann auf jeden Fall außer Kater Naja eigentlich ist mit anderen der Count einen Counter von API doch wegen dem Standort mit ausprobieren er ist wirklich nicht nein doch du wolltest es ausprobieren ja aber du warst auf der Seite von Lissandra das letzte Jahr das hab ich nie behauptet dass ich auf der Seite von Lissandra bin nein natürlich nicht boah geiler Tornado die hat sowieso keine M ja ey die Silvia muss verrecken die ist bisher kein einziges Mal gestorben und ich lege nicht gut gar nicht gut so der nächste Minion ist hier oh mein Gott wieso lege ich wieder so stark ach dieses scheich PUSH NIGER 5 FPS der nächste Minion ist mein ja wir haben es verstanden Jens ja wir haben verstanden dass so ein scheiß Mongo du bist nur weil ich schwarz bin du bist doch gar nicht schwarz du bist höchstens Bokker Sigi wenn du das hörst tu mir den Gefallen das ist alles deine Schuld he he da ich jetzt mit dir in beiden Mongos abhängen kann und natürlich helft mir nicht oder so nein überhaupt nicht du bist tot du hast mich sterben ja wie hielt er sich warte ulti pf ulti fail oh je das hat Zweck das ist auch voll schwer mit Diora muss ich zugeben Dominic und jetzt verrückt du ja aber nicht wegen Baren ja da hat sie die Thoricke in sein Gesicht gegeben ja echt mal Thoricke OP ich sag ja nur das Bot Game eben sag kein Bot das war normal danach das war normal? das war normal wo ich echt gehabt habe da müssen die Gegner ja so scheiße gespielt haben dass ich ah nee das war das mit Nami wo ich so auf KST habe stimmt ja ich meinte aber eben dass es mit Zerica ey Christian brauchst du Mana brauchst du Mana brauchst du Mana komm her du Mana schlampe ich brauch kein Mana boll soll ich mal richtig einschicht sein und eben ach ja Aram einfach Blundes auf die Fresse hauen ach ja dort wo niemand etwas aushält weil alle immer nur sterben ich glaub ich mach grad bei mir sinds immer wütig stehen wo man danach direkt auf ein zweites Abend hinterher klatschen könnte man noch eins aufnehmen ich hab grad mal bei mir die Lautstärke ein bisschen lauter gemacht ich weiß nicht wie es so war ich mein ja weil dann können wir das zusammen zusammenlegen quasi die Fresse zu zweit ja ja wenn es funktioniert wie steckt dieser kleine Sarge wo er getrunken so hast du den schwarzen aus der linken Ecke? ne ich mein nur den Darius ähm oh mein Gott ich hasse diese fucking Licks ne ja oh oh mein Gott oh mein Gott oh mein Gott du hast die Kaikorrake gemacht nicht mehr ok Leute sollte das jetzt gerade laut gewesen sein tut mir wirklich leid da meinte da müsste so ein scheiß Fluchzeug gerade vorbeifliegen was ist passiert? ja ich hab gesagt dass ich deine Mutter hat an einer herrangenommen habe oh yeah viel Spaß mit der Ol sie war widerlich aber du hast sie genommen also ja weil nichts besser als sie aber Dominic cut in Red mach dir nicht ok gott ne n 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 die hat schon 5-3 Oh Was willst du erwarten? Silvia hat eine KDU Ich meine Silvia Ich meine Gareth Der hat mich gebuschnegert Jens, tu mir mal einen Gefallen Hol dir nochmal den Start der Zeit, Alter Unten Wileys Das bringt's voll bei Joghav Wieso hat der 2 doch ans Regel? Das war sein Anfangsitem Aber nicht auf A-Raben Doch, kann man auch Achtung, Dario ist in die Busch Ja und noch jemand anderes So, ich könnte jetzt reinrennen Eigentlich, so wie es Dominik schon getan hat Ich habe eine Ulti gegeben Dominik, wie gesagt, deine Scheiß-Undi nicht Das ist eben, wenn ich sie nicht habe Ja, wieso hast du die nicht? Weil ich sie gerade eben schon benutzt habe Vielleicht? Logisches Denken? Kennst du das? Verhündet man die Ulti getreten Also... Ich nehme dich, Dominik, dass es eine Ulti nicht mehr hat Alles deine Schuld, Christian Warum hast du deine Ulti nicht gemacht? Alter, hab ich doch! Ja, natürlich Sag mal dann so Los, jetzt geht er rein auf den Pentacle Hab ich doch, jetzt ist das nicht Ja, das sehe ich Ja, das sehe ich Der war mal richtig fett Schlecht Ja, jetzt kommt die Sieb, die Sieb hier Fokus nochmal... Ja, geht doch Aber nice 12-12-6 Das haben wir immer richtig gute Größe bei der Ramme Jedesmal bin ich der, der Einer der den meisten Kills gemacht hat Aber auch größter den, der am meisten verreckt ist Naja, also eigentlich bin ich Ja, du bist so einfach verreckt Ja, für das Volk und so Alles, was denn passiert, bitteschön Für das Volk und so Welches Volk Ja, hallo, die Masse ja und so Alter Du unproduktive Sau, du Halt dein Maul, halt dein Maul Ich hab mehr Kinder als ihr alle zusammen Ja, na, dafür ist doch mehr Ton als werdet zusammen Nein Nein Ja, komm, komm, komm Ja, du, schnell, durch Ich will nicht mehr Nice job Nice job Ja, dann mach du was besseres Los, geht rein, mach'n Penta Komm schon Hopp Ich beobachte dich Ja, ja Mhm Ja, nice Tod Du bist tot Du bist so blöd Das ist Christian Du bist so blöd Verreckend, Mann Ja, wie gut hab' ich mehr Darius gemacht als du Ja, eigentlich ja nicht, weil die gerade eben noch alle Funleid waren Jaaaa Ok, doch nicht Ach, P ist nicht normal Darauf finde ich wird das nächste Aram besser und ich kippe nicht normal Ja Ey Anna bringt's auf Aram wirklich nicht so Go Dominik, go Dominik, go, go, go Dominik Ja, du schaffst es 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 Hey, komm, das war eigentlich mein Glück, du schaffst es Ja, du schaffst es Ja, natürlich, du bist ja nur tot gewesen Aber es war geil, aber klar Ja, sicher, immer doch Ja, sicher, immer doch Du bist ja auch im Kaktus und so, ne, mit deiner Ulti, wenn du kurz bist Ja, echt mal Guck mal, ey, jetzt hab' ich auch eigentlich schon gerade den Dario zu tutet, also eigentlich gar nicht kennst Ja, Geil, du bist schon mit am Boden ab Oh, hier, der Geil, du meinst ernst Ich hätt' Geil doch besser behalten, anstatt den Stauge Ja 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 Warum hast du ihn überhaupt verkauft? Nicht verkauft, getauscht, grad eben in der Champion-Auswahl Achso, ja Ja, Champion-Auswahl Eww, okay So ist Besser, dann wieder freisch rüber Lissandra, Galio Nein, doch, Galio auch, ne? Ja, Galio auch Ist gut, unser Nibitor ist wieder da Nein, 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 das ist der Klau aus mir Dafür aber keine Tower mehr Obwohl doch einer Vielleicht noch Keine Ahnung Nein, wir haben keinen einzigen Tower mehr Wuhuuu Das trinkt nicht, weil der Siebier Ich hab' jetzt nicht auch wieder nach da hin Sie ist zuhause, ich mach' die Klau aus mir zu trennen Da gehörst du nämlich auch hin Ja, ich bin tot Ja, die Maalung Das ist doch ganz hoch Das ist doch Das ist doch Ja, das ist doch Nieu, nein, 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 nein ... Ohne Scheiße, sie haben viel zu viel wieder zu ja die Böse nicht so schnell dauernd oder nie wartet ich gehe rein dann kommst du mal mit deinem Hulti bringt's voll die Dürfe nicht mehr machen weil die Zerber kann nicht zu sehr geschehen zu schnell zu ziehen Darius ist doch noch totmensch ey ich will eigentlich noch gerade die Genaclen und in Darius nein na gut wir versuchen jetzt gleich eine neue Runde bis gleich